Die dunkle Triade steht in der Psychologie für drei Persönlichkeitsmerkmale. Narzissmus, Psychopathie und Machiavellismus. Wenn wir die drei fragen würden, wer die dunkelste Persönlichkeit hat, würde der Narzisst sagen, ich. Der Psychopath, das ist mir egal. Und der Machiavellist würde sagen, der, von dem ich will, dass er sie hat. Menschen, bei denen diese drei Merkmale besonders ausgeprägt sind, begehen mit größter Wahrscheinlichkeit Verbrechen. Sie verursachen schwere soziale Probleme in der Gesellschaft, in Familien und Organisationen. Aus diesem Grund wird die Forschung über die dunkle Triade häufig in der Strafverfolgung, der Psychologie und der Wirtschaft eingesetzt. Hier ist ein Überblick über das, was wir wissen. Der Narzisst zeigt Grandiosität, überhöhte Ich-Ansprüche und Überheblichkeit. Er will nichts weiter als Bewunderung. Wenn er einmal hat, was er will, interessiert sich der Narzisst kaum noch für andere Menschen. Wenn er sich interessiert, dann nur, um seinen Status zu verbessern, weshalb er sich gerne unter erfolgreiche Menschen mischt. Es scheint, als seien sie völlig selbstverliebt, aber hinter ihrem aufgeblähten Ego stecken oft tiefsitzende Minderwertigkeitsgefühle. Um ihr konstruiertes Selbst zu schützen, können sie niemals zugeben, dass sie sich irren. Deshalb lügen sie oder geben anderen die Schuld. Machiavellisten besitzen keine Prinzipien, sind kalt und haben eine zynische Einstellung zu anderen Menschen. Sie sind Geld-, Macht- und Siegesüchtig und manipulieren, um zu bekommen, was sie wollen. Oder um andere auszubeuten. Wenn die Manipulation nicht funktioniert, stehlen oder betrügen sie. Diejenigen, die eine starke Ausprägung in diesem Spektrum haben, glauben, es ist besser, gefürchtet, als gemocht zu werden. Sie verletzen andere Menschen bewusst. Eine Strategie, um sie zu kontrollieren. Wenn du ein Psychopath bist, wirkst du kalt und andere halten dich für unheimlich. Außerdem zeigst du wenig bis gar keine Angst, handelst impulsiv und genießt geistigen Nervenkitzel. Diejenigen, die im oberen Bereich dieses Spektrums liegen, gehen keine emotionalen Bindungen ein. Das Ergebnis ist ein völliger Mangel an Mitgefühl. Das heißt, sie haben kein Problem damit, gemein zu sein. Wenn etwas Schreckliches passiert, empfinden sie später oft keine Gewissensbisse oder Schuldgefühle. Aus der Forschung wissen wir, dass bei Männern alle drei Merkmale deutlich stärker ausgeprägt sind als bei Frauen. Und obwohl sich diese drei Persönlichkeiten empirisch unterscheiden, überschneiden sie sich. Klinisch werden sowohl Narzissmus als auch Psychopathie als psychische Störungen betrachtet, Machiavellismus hingegen nicht. Die Frage, ob Erziehung oder Veranlagung für diese Persönlichkeitsmerkmale verantwortlich ist, wurde durch Zwinningsstudien einigermaßen beantwortet. Sie zeigen, dass Narzissmus und Psychopathie erhebliche genetische Komponenten haben. Machiavellismus scheint bei Zwinningspaaren weniger stark aufzutreten. Allerdings spielt auch das Umfeld eine Rolle. Ein Psychopath kann nicht nur seine Gene weitergeben, sondern das Kind auch durch seine Vorbildfunktion beeinflussen. Ein machiavellistischer Vater vererbt seinem Sohn nicht nur seine Gene, sondern zeigt ihm vielleicht auch all seine Tricks. Der Sohn eines Narzissen bekommt nicht nur die Chromosomen seines Vaters, sondern erlebt vielleicht auch dessen Perfektionismus. Mit den Big Five-Persönlichkeitsmerkmalen, auch bekannt als Fünf-Faktoren-Modell, im Englischen als Ocean bezeichnet, korrelieren die drei entweder positiv oder negativ. Narzissen und Psychopathen sind oft offen für neue Ideen und extrovertiert. Psychopathen und Machiavellisten haben eine geringe Gewissenhaftigkeit. Alle drei Persönlichkeitstypen weisen einen niedrigen Wert für Verträglichkeit auf. Und Psychopathen sind auch nicht gerade neurotisch. Was auch immer passiert, lässt sie kalt. Eine evolutionäre Erklärung für diese Eigenschaften könnte die sexuelle Strategie sein. Viele von uns führen ein langsames Leben, investieren in langfristige Beziehungen, haben ein paar Kinder und verbringen Zeit mit der Kindererziehung. Die Merkmale der dunklen Triade haben möglicherweise überlebt, weil sie ein schnelles Leben zu optimieren suchten. Unsere Vorfahren lebten in einer unberechenbaren und gefährlichen Welt. Wegen des kürzeren Lebens suchten sie sich viele Sexualpartner, verbrachten keine Zeit mit der Kindererziehung und investierten nicht in menschliche Beziehungen. Dies könnte auch erklären, warum sie nach einem konkurrenzbetonten Umfeld streben, wie zum Beispiel einem Unternehmen. Hier kann ein Machiavellist Charme und Beleidigungen einsetzen, um andere zu manipulieren. Der Narzisst seine körperliche Erscheinung und ein Psychopath körperliche Drohungen. Und da es ihnen allen an Mitgefühl mangelt, bahnen sie sich oft ihren Weg an die Spitze. Was vielleicht der Grund dafür ist, dass alle drei dunklen Charaktereigenschaften in den oberen Führungsetagen oft zu finden sind. Die Schattenseiten sind auch deutlich spürbar. Wer auf Impulsivität, Aggressivität und Egoismus programmiert ist, neigt auch eher zu Drogenmissbrauch, Ausgrenzung, Depressionen oder Gefängnisaufenthalten. Deshalb suchen wir vielleicht nicht nur nach Wegen, um uns vor diesen dunklen Charakterzügen zu schützen, sondern haben auch Mitgefühl für sie. Schließlich haben sie es sich vermutlich nicht ausgesucht, so zu sein. Und was ist mit dir? Hast du einige Eigenschaften der dunklen Triade geerbt? Und wenn ja, hast du Strategien entwickelt, um damit umzugehen? Und bist du dir dessen bewusst? Teile deine Gedanken in den Kommentaren unten mit. In der Beschreibung findest du weiterführende Links, Quellen und Informationen. Dieses und alle anderen Sprouts-Videos stehen unter der Creative Commons Lizenz. Das bedeutet, dass Lehrerinnen und Lehrer auf der ganzen Welt sie im Unterricht, in Online-Kursen und als Ausgangspunkt für Projekte verwenden können. Und tausende tun dies bereits. Um zu erfahren, wie es funktioniert und um dieses Video ohne Werbung oder Hintergrundmusik herunterzuladen, besuchen Sie unsere Website oder lesen Sie die Beschreibungen unten. Wenn Sie unsere Mission unterstützen und helfen wollen, die Bildung zu verändern, besuchen Sie unser Patreon. Das ist patreon.com slash sprouts.